naja ich bin nur lebendig begraben hat uns begraben wovon ich hab doch nix sand oder ich hab ja nix in meinem haus von kies du wurdest auf jeden fall begraben ja ich lag immer im bett aber scheiß von der scheiß glasscheibe bin ich bestimmt in die glasscheibe gespawnt das kann natürlich passieren das kann natürlich passieren man muss natürlich aufpassen ach da ist mein rucksack ja ich hab den grad gesucht wie blöd na so ich war schon weit weg jetzt dürfte es nicht mehr passieren hoffe ich ne morgen will ich das nächste mal merken spänkelein spänkelein spendet um k sebep vor called gibt nicht So. Oh. Warum ist diese Höhle noch so groß und so unerforscht? Haben wir vorhört? Keine Ahnung. Na toll. Ich hab nichts zu essen jetzt dabei. Ist ja nicht neugierig. Nein, nein. Überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht neugierig. Das weghacken. Nicht kacken. Hacken. Das ohne mich. Ich wollte nur mal eben gucken, was hier so alles lagert. Ja, ja. Eigentlich. Das wird so ein bisschen hervor. Oh. Du 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 du. Du 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 du. Das war covered. Du du Wdos. Das spiel war auch schön. Auf jeden Fall die musik. ich meine das Spiel wäre auch gut gewesen wenn man wenn die Entwickler da mal weitermachen würde ach ich glaube ich ahne welches Spiel du meinst der Stadt ist sehr froh düdl 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 da da soll man ein bisschen in den Firm büro dachchen Freunde wer kriegt eine auf den ersten als erster auf den Schädel da kommt doch auch mann traut euch fliegende Zombies geil mir sieht schon richtig Genieke aus ach warte mal genau ich wollte ich hab noch gar keine Pfannen süße Sau hält den Bubble oh hier ist sehr viel Lava Kühe das Eisenärz hier ist das aber das du 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 oder du 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 steil bergab in die lava fallen ich will die ganze zeit zombies hier steht hier so am abgrund macht keinen spaß schick damit haben wir schon mal das Wasser die wasserquelle ab abgesiebt fenster wenn man arbeit wird das ist halt sehr viel eisen ich würde mich sogar freuen wenn ich nicht dann vielleicht unbedingt in die lava volle ach nichts ich dachte du stehst drauf jetzt schick 2016 100 200 30 30 40 40 40 45 Oh, 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 oh. Na, scharf. Alter, ist die riesig, die Höhle. gekappelt oder was goldherz meins goldherz meins spinne könnt ihr eigentlich jetzt wieder wasser reinlassen am besten oder ich selber irgendwie nach unten kommt und freiwillig auf mich zu schießen man es ist nicht cool eisenerzfee ich muss ganz dringend was essen bevor ich jetzt sterbe nicht ausgerechnet jetzt in diesem es darf nicht wahr sein ich müsste jetzt zu fehlend Screenshot davon schicken so ich habe ein Screenshot gemacht von diesem schwarzen granit diamanten ernst das dunkel das ist sehr dunkel ich habe jetzt wohl kein bettball das ist doch immer so und mich ankacken ich brauche blaue Farben bei uns ich kann mich nicht so ey uaah 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 irgendwo habe ich Königsschleim. Irgendwo habe ich Königsschleim. Irgendjemand geistert hier rum. Nur mal so als Info. Das kann nur einer sein. Hier oben? Wow. Das ist der Königsschleim. Hä? Ich bleibe gleich tot. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich bin ausge... Gar nichts. Ich bin gerade rausgeflogen. Du wirst vom Zombie erschlagen. Ja, weil ich rausgeflogen bin. Scheiße. Ach so. Also bei mir bist du erst rausgeflogen. Äh, erst gestorben und dann rausgeflogen. Ne. Ich habe einen Zombie versucht zu killen und weg war ich. Super. Jetzt darf ich gleich gucken, ob noch alles da ist. Wahrscheinlich nicht. Das ist doch zum Kotzen. Da war fast die Lava. Hu 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 hu. Nicht reinfahren. Bitte. Ich versuche es. Aua. Ich bin alt. Aber ich werde alt. Ganz von weinen. Ganz von weinen. Wie war eigentlich heute dein Tag? Erzähl mal was. Anstrengend. Ermüdend. Etc. Sehr ermüdend. Ja, toll. Wart denn? Alles weg? Jetzt bin ich tot. Ne, du warst vorher schon tot. Ne. Ich habe jetzt was gesehen. Aber wo ist mein Strahl jetzt? Äh, ne. Ich bin nicht schon wieder hier gespawnt. Ich habe doch... Alter. Ich habe doch bei mir gepennt. Was für ein Fuck. Also ich fuck hier gerade richtig ab. Ich bin gerade richtig abgefuckt. Ich bin gerade richtig abgefuckt. Oh, super. Was bin ich denn jetzt? Scheiße. Scheiße. Ja. Da ist noch ein Skelett. Kann ich jetzt auch gebrauchen. Jetzt werde ich fast in den Glaber laufen. Ich habe einen Rückweg machen wollte gerade. Es war einfach so. Es war noch ein Rückweg. Weißt du wie das zum Kotzen... Äh. Ich glaube aber nicht. Ja, der Scheiß ist... Ich kann nichts mal dafür. Das wenn das wenigstens mal eine Dummheit gewesen wäre. Ja, ich kotze gerade richtig ab. Dann komm ich denn hier wieder raus. Dann hast du auf Fackeln gesetzt, oder? Ja, ja. Ich kotze gar nichts mehr. Ich komme nach Hause, Fee. Ich komme nach Hause. Äh, Aua. Shit, wo ist zuhause? Ich bin nur... Oh im Letz' wereig trocken.. Ich bin so 100fuck gerade. Häh! Möcht'n Herzen? Warte. Hab mich jetzt voll verwirrt.. verwirrt. Galilui vrahh!.. Feuern Sowas von Ich weiß nur nicht mehr, wie ich jetzt zu mir genau komme Weil ich hab nichts Bist du bei mir oder was gespawnt? Ja Ja, warte, ich komm Warte, ich komm zu dem Haus Wenn ich meinen Leuchtstrahl sehe, weiß ich auch, wo ich Gripiert bin Das ist doch echt Mein Rucksack ist wahrscheinlich weg Geil Du musst nur mal im Tier rausfinden, oder? Ist es hell draußen? Darf ich mir was zu essen, Mops? Ja, klar Hattest du mir gesagt, es ist hell draußen? Achso Es ist hell draußen Ja, war noch das Doch ich zu kurz Au 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 Ich hab kein Redstone, ich hab gerne Das war am besten mal Pulverasierer, ne? Um Sachen Darf ich mir zehn Redstone von dir nehmen? Ja, wenn ich mir will, ja Ich hab ja 31 Stück Du hast 39 noch drin Ich kann ja gar nichts bauen ohne Redstone Ich hab ja keine mehr Ich hab jetzt 31 Du brauchst du viele Vorteile anderen Ich hab ein bisschen vorgearbeitet Hast du gerade Ja, du hast auch mir einabhängig geklaut Ja, ja, drei Stück Ich weiß, warum ich hier bin Wenn du mich jetzt haust, traue ich dich auch Nee, ich hab Nee, ich war Äh, bin in diese Ich hab mir nur zehn Redstone genommen, ne? Hallo? Du hattest noch Du hattest irgendwas mit über 40 Weil ich hatte dir ja auch was geliehen Ich hab mich gar keins mehr Ich weiß nicht mal mehr, wie ich nach Hause komme Ich weiß nichts Stimm ich dir, weil ich hab gleich ein Scheintchen für Ja, ich muss Mein Rucksack ist ja schon weg Da kannst du den neu bauen Da hab ich genug hier Kannst du direkt einen bauen, wenn du möchtest Oben müsste genug YouTube sein und so weiter Burnlab und so weiter Ach, in deinem M.E. System? In deinem M.E. System sollte Burnlab und so weiter drin sein Okay Du kannst ja auch gerne einen großen Dreck machen Fäden müsst ihr auch irgendwo haben Ob ich genug, äh, hab zum, zum, äh Guck Ich weiß gar nicht mehr, wie der große ging Ich weiß nur, wie der kleine ging Ja Ob der genug da heißt, der Haus war Ja, müsste, sonst ist im Keller Ich weiß gar nicht mehr, wie der große ging Müsste ich jetzt auch nochmal irgendwann mal überlegen Ich glaub mit Fäden drumrum und Leder, ne? Und Burnlab und was das? Äh, gegerbtes Leder brauchst du dazu Und gegerbtes Leder machst du mit gebundenem Leder Gebundenem Leder, da brauchst du zwei, ähm, Leder Oder beziehungsweise zwei Burnlab Und, äh, äh, Rest ist, äh, Fäden Dann, ähm, machst du Warte mal, gebundenes Leder Genau, musst gebundenes Leder draus machen Ich hab jetzt auch keinen großen Und das gebundene Leder musst du dann nachher eben halt in den, ja Ja, gegerbt Ge-bunden... Wie viel brauchst du reden? Gib da einfach Rucksack ein und dann findest du den großen Ja, da kann ich nicht draufklicken Hä? Dann zeig mir das nicht an Warte, sag ich halt hier oben, ja, echt, ne? Warte mal Du hast, glaub ich, zu wenig Fäden Ne, gleich mal Beim großen Rucksack Bring ich draufklick 4, 1, 1 5, 200 Warte mal, ich geb's nochmal ein 4, 1, 1, 5 4, 1, 1, 5 Doppelpunkt Ja 200 Wo ist der Rucksack? Ja, ja, der zeigt mir den an, aber ich kann den nicht draufklicken Ja, okay, ich kann komisch und lustigerweise draufklicken Okay, interessant Aber nein, ich hab nicht genügend Fäden Fäden, ich weiß Wobei, aus Baumwolle kann man doch Fäden machen, ne? Ja Ja Na, hier sind doch 44 Ich weiß nur nicht mehr, wie der da war Äh, irgendwo nicht Drei Ja, genau Ah, okay Zack Genau So, warte Ich kann da nur nicht draufklicken, der wird nur nicht angezeugt Warte, warte, warte Warte Ach, ich kann den Rucksack gegen Wow, eine einzige hab ich hingekriegt, eine Ja, nicht schlimm, kannst ja für dich Jetzt soll, jetzt hab ich so viele Fäden hier drin Ich mach doch nix, du brauchst auch Wie Kannst ja deinen Ei, ich hab noch sechs gegerbtes Leder Seh ich gerade Ich hab noch sechs gegerbtes Leder Ja, warte Warte, ich tu meinen Rucksack Drei oder vier Ich tu meinen Rucksack mal rein, ich hab meinen Rucksack jetzt bei dir drin, ich kann das ja nicht sehen Wieso mit deinem Rucksack, was soll ich denn damit? Ich hab dich gefragt, ob du meinen Großbruch Ja, dann mach es nicht Ja, aber was soll ich denn mit deinem Rucksack? Das verstehe ich jetzt immer noch nicht Wenn du das groß machst, brauchst du ihn doch, ne? Nein Brauch ich nicht Ist hier alles durcheinander Kann ich aber echt nicht anklicken, den großen Rucksack, warum auch immer So, warte, muss ich aber eben die anderen Leder hier eben einmal brennen gehen Guck mal, da hast du ja im Gegensatz zu mir schon großen Damals konnte ich das nämlich auch sehen, aber ich kann das nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr anklicken Vielleicht muss man aber echt vielleicht bei mir mal reparieren, ey, irgendwas ist im Arsch Muss eben warten, bis das fertig ist Ja, alles gut Ich hab aber wirklich nur 10 Äh, ich hab mir 18 Voltai-Anlagen Fotovolta-Anlagen Ey Du hast mir das damals, letztens angeboten Ich hab ja gar nichts Ja, aber Echt nichts Zwei Ey, du hast über 50 Weißt du, was das für eine harte Arbeit war? Onkel Horst So Ich hab dir auch viel mehr Redstone gegeben Und ich hab wirklich nur zwei genommen Äh, zehn genommen Ja, dann hol doch mal Neterquartz in mir Dann kannst du mir doch schon mal Neterquartz und so weiter Und das holen Ich geb dir meine Sachen auch ab Pst, du bist voll geizig Bitte was? Ich hab dir auch mein Gold hier gelassen Und 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 Ich bin auch nicht so Bei Gold braucht man auch immer viel Alter, wie viel Herbstgarten hast du hier? Oh ne, aua, aua, aua 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 Bist du denn du? Ja, ich bin wieder drin Ich bin vom Skelett geflüchtet Ich hab doch keine Waffe Ich hab nix Ich bin nackig Bist du denn nicht? Ich bin nackig Ne, unter deinen blöden Bäumen sitzt ein Skelett Ja, also da sitzen Ja, und ich greife es dann wieder an Okay So Schauen wir mal Ja, da kannst du doch die Ladegeräte, ne Ah shit, ich hab ja keinen Quartz mit Oh, was ist das denn jetzt? Jetzt krieg ich nicht mal ein großes Recht jetzt nicht? Warte, ich versuch mal irgendwo anders Was? Ja, dann kannst du Sachen laden, aber irgendwie funktioniert das nicht Oder ich bin zu doof Zu raffen Doch, du kannst dann ein zweites Kriss Weil wir doch da rein irgendwie Ah, ich hab nen Bug Ja? Äh, hier Versuch du das mal Warte Wie n Rucksack einfach nur, ne? Wahrscheinlich Genau, einfach nur Miete bleibt frei Ob du den rausnehmen kannst Ne, ich seh den gar nicht aus Echt nicht? Nö Na gut, komm ich cheate Es ist doch nicht mehr normal Ah, ich muss bei mir mal echt Aber bei uns doch gar nicht Hä? Nee Was ging doch bei uns alles? Versteh ich jetzt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht Ich hab in letzter Zeit Ich flieg ja auch raus Ich muss echt mal bei mir durchchecken Dann cheaten wir einfach mal Böserweise Äh, ich glaub ich muss das selber machen Ne, klar Ne, kann ich doch Ne, kann ich doch Ah doch, kann ich doch aufheben Und letztens ging das ja nicht Dankeschön Bitte Es ist doch nicht mehr normal Also so langsam Habe ich echt die Nase voll So, ich würde jetzt nur gerne Richtung nach Hause Du wirst uns mal eine Reste holen Aber es wird dunkel Äh, dann lege ich mich doch hin Äh, was brauchen wir nochmal für ein Buch? Äh, für ein Atlas Was sag noch? Ein Buch Also du brauchst Redstone Äh Für den Kompass Und dann brauchst du ein normales Buch und den Kompass So, dann kannst du gleich eben bei mir basteln Dann machen wir eine Kopie von meinem So, jetzt haben wir wahrscheinlich ganze Burn-Lap verballert Ne, ne, das glaub ich noch So, ich bin auch wieder da Ein Atlas darf ich mir eben wieder rauchten So Dann kannst du ja gerne gleich eine Kopie von meinem machen Oh, Atlas Das ist des Äh, krieg ich den nicht mehr Naja So, erst einmal das Du hast kein Papier Echt nicht? Ein Papier hast du Hast du denn Zuckerrohr? Ich geh mal welches holen Ja Oh, das ist einfacher Ich brauch wieder eine Papierfabrik wie damals Ja, du hast aber Äh Zuckerrohr Also Hab ich schon hinweg Achso So, ein Buch Mach mal Das Oh, wir müssen jetzt auch gleich mal Feierabend machen Seh ich grad Kannst du nicht Äh So Du Wolltest du Wolltest du ein Atlas haben Ja, ich doch nicht Du Ja, aber du wolltest den noch kopieren Ja, ja, ich bin gerade noch mal Zuckerrohr am Bi-Sorgen Weil du brauchst halt deinen und musst die irgendwie miteinander Auseinander So Ach nee Ich kann da nicht mal raus Schau mal Schau mal Schlung fest, Trudo Mach ja Da So Jetzt müsstest du ne Kopie von meinem Anlass haben. Faye Butze. Danke. Mach dir ne Waffe noch. Ich hab noch kein Schwert. Ja mach dir da eben ne Waffe. Zu Not Eisen ist oben. Wenn da kein Eisen mehr drin ist, kannst du oben Eisen. Dankeschön. Zack. Dann kann ich jetzt wenigstens nach Hüß. Ja, weil wir müssen jetzt leider. Tschüss haben. Ey, wo ist das Skelett? Blödes, dummes fucking Skelett. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen leider Tschüssi sagen. Und wir sehen uns dann nochmal wieder. Wenn ihr denn wollt. Wenn nicht, dann habt ihr Pech. Wurde ich sagen. Auf jeden Fall. Tschüssi. Tschüssi. Ihr Lieben. Tantasassung. Auf jeden Fall. Tantasassung.